Okay, der eine, glaub ich, geht auf R. Aha, das weißt du ja früh. Und damit hallo und jetzt willkommen zu einer neuen Folge. Ich sag jetzt mal nicht den ganzen Titel, das dauert zu lange. Ihr wisst ja, was ihr eingeschaltet habt. Trouble in Terrorist Town. Was ist denn hier bitte für ein Licht auf dieser Map? Das sieht aus wie Plastikfiguren. Ja, das sieht ziemlich ekelig aus mit diesem Licht. Haben wir einen Zerg noch? Äh, möglicherweise. Ich glaub, da ist Zufall, ne? Ja, also wissen wir noch nicht. Du bist Zerg. Ja. Da muss mich ich wieder über in Luft schießen kümmern. Und ich hab immer noch meine Grafikeinstellung nicht umgestellt. Das wollte ich eigentlich mal machen. Ja, solange wir nicht mit, äh, 400 Supply insgesamt, ne, 800 Supply sind's ja sogar, antreten. Ja, bestimmt. Ist das egal, aber bei 800 Supply steckt man einfach gut an. Ja, der Pylot, der kommt doch gerade. Ist ja noch nicht mal so zickig. Oh, was ist das für ne Map? Wir sind ja getrennt. Stimmt. Ich dachte, ich hätte alle getrennten Maps rausgenommen. Okay, die müssen wir danach auch wehtun. Da kommt schonmal ein Protoss hier. Ein Oracle. Das ist noch ne Probe. Pass auf, dass da keine Canon dahin sitzt. Ja, kann er ja nicht. Das würde ich beim Protoss nicht sein. Ja, aber es ist ja Creep. Auf Creep kann man nix bauen. Achso. Creep ist ekelhaft. Er kann nur an meiner Netschle gerade was bauen. Und da passt es auch. Die Spiele, die ich gewonnen habe, waren irgendwie nur gegen Zerg. Aber wenn ich gegen Zerg spielen muss, dann finde ich das irgendwie kacke. Ich verfolge mal weiterhin die Probe. Irgendwie habe ich Angst, dass da gleich das Besuch kommt. Ja, der ist beim Zerg sogar sehr wahrscheinlich, was da irgendein Scheiß macht. Der eine ist auf jeden Fall Protoss. Okay, du hast die Probe gefunden. Alles klar. Dann verfolg du die mal weiterhin. Bin ich dabei. Oh, wir hätten auch ne Gold gehabt. Nimm du gleich auf jeden Fall die Gold. Okay. Ich will erstmal die Probe hier rauskriegen. Probe ist aus der Base. Diese Map ist ja wohl mal... Okay, die werden wir auf jeden Fall gleich wehtun nach Ende dieses Spiels. Wo soll ich denn hin expandieren? Unten an der Gold. Wo ist die Gold? Da, wo ich gepinkt habe. Ja. Die ist ein bisschen weit weg, aber Gold lohnt sich. Der Profi der Zag. An der Profi der Zag, dann machen wir das doch. Supply Block lohnt sich nicht. Trotzdem. Wir brauchen mehr Westen. Wir brauchen mehr Mineralien. Habe ich jetzt eigentlich einen Overlord gebaut? Ich hoffe. Bitte? Ich glaube, ich habe trotzdem noch keinen Overlord nachgebaut. Ja, bei mir kommt gleich... Mein Core ist gleich fertig. Oh, mein Overlord stirbt. Nein! Overlord, Adrian! Dann tanzen wir wenigstens noch. Wenn man tanzend in den Tod fällt, ist das in Ordnung. Der Gegner will über die Map pushen. Der Gegner? Ja. Ich versuche gerade die Probe zu snipen, damit er... das nicht kann. Mothership Core kommt auch rüber. Also es wird einen Push geben. Dann ist ein All-In. Ich baue gerade Einheiten, aber... Refit habe ich nicht. Da kenne ich irgendwoher. Dann muss ich jetzt aber erstmal meinen Supply hinten anstehen lassen. Am besten baust du an deiner Ramp mal einen Pylon, damit du wenigstens das halten könntest. Mit Fortan Overcharge. Und mich musst du leider auch... Mich alleine... Müsst sowieso mal einen Pylon machen. So, aber wenn sie jetzt nicht angreifen, dann... muss ich allerdings gleich weitere Probes bauen, sonst bin ich hinten. Ich habe auch noch 16. Okay, also sie wollen auf jeden Fall pushen. Okay. Ich habe aber den Pylon wieder gesniped unter Kosten von einigen Einheiten. Hast du inzwischen... Der Proxy Pylon wäre schon wichtig. Angriffe? Also Angriffseinheiten? Fünf Stück! Das ist ein bisschen wenig. Das kommt nämlich ein großer, großer All-In. Kommst du mit runter? Du musst mir auf jeden Fall helfen. Nein! Hilfe! Ja, das reicht nicht. Das ist zu wenig. Wie man so Pteraner hier hat. Du bist auch tot, ne? Bitte? Ja, damit haben wir verloren. Warum? Weil ich nichts mehr habe. Du hast mich ja hier leider oben alleine gelassen. Ich... Ich stehe übrigens hier. Ja, aber die Armee war da leider nicht mehr. Also schon noch. Aber es war halt einfach viel zu viel Armee. Ich habe halt keine einzigen Worker mehr. Gut, ich habe vier. Und wir clear den Push ja nicht mal. Ja, das stimmt. Das wird tatsächlich. Das wird eine Herausforderung, da nochmal zurückzukommen. Da können wir nicht mehr zurückkommen. Boah, ich will da so luschen Gegner, die nicht mehr spielen wollen. Ja gut, hätten wir halten können. Das war halt ein One-Base-All-In. Aber dadurch darfst du beide auf die Exen genommen haben. Da hätten wir es galgen müssen. Haben wir. Wir wussten, dass ein One-Base-All-In kommt. Aber... Supply-Blocks an der falschen Stelle. Zu früh expandiert gehabt. Ja, wobei das... Die Map... Warte mal eben kurz. Ich muss die Map veto. Die Map ist scheiße. Die Map ist schuld. Auch wenn das fürs Schneiden wieder scheiße ist. Aber egal. So. Map ist gewetot. Alles gut. Geil. Die kommt jetzt nochmal. Nee, kann ja nicht. Die Herzchen-Map ist doch voll okay. Die Map kann nicht mehr kommen. Doch kann sie wohl. Das ist glaube ich nicht absolut, dass man diese Maps rausgewedot hat. Ich glaube, es gibt noch eine Chance. Map-Search-Cancellate-Benergurix. So, jetzt will ich aber wieder gewinnen. Das war jetzt ein Luschen-Gegner. Die können halt nichts anderes als Cheese. Und wir machen das jetzt. Warum hast du denn jetzt erst diese Nachricht bekommen? Das ist doch schon eine Minute her, dass ich die abgebrochen habe. Nee, das kam ja gerade. Das ist ja gerade aufgeploppt. Aha. Bei mir hast du danach schon mal wieder neu angenommen. Ja, jetzt bin ich auch wieder in der Suche. Ohne, dass du wieder draufgedrückt hast, oder was? Nee, einmal muss ich ihn doch draufdrücken. Hm. Sehr merkwürdig. Bei mir war das alles zu einem anderen Zeitpunkt schon. Aber egal. Cool. Wir schauen uns mal einmal hier an, wie das denn aussieht. Wir stehen auf Platz 2 in unserer Division. Ich werde auf alle Fälle bei meiner Silver League absteigen. Ich habe einen MMR, jedenfalls von Gut und Böse. Ja, Season Lock ist schon nächste Woche übrigens. Das sag ich doch. Ja. Wobei, dann ist sie erstmal nur gelockt. Das heißt noch nichts. Ich glaube, eine Woche danach oder so sollte es dann die neue Season geben. Wahrscheinlich nach der BlizzCon. Die müsste eigentlich auch schon bald sein, ne? Cool. Dann muss ich auf alle Fälle, dann muss ich probieren Straight to Master. Ja. Wann ist denn eigentlich BlizzCon? Weiß ich nicht. Weißt du dahin, oder? Sicher. Übrigens haben Donnerstags Formel 1 euch gehört. Hm? Donnerstags Formel 1 euch gehört. Ja. Hatte ich jetzt auch gedacht. Der Monaco-Rennen, das war ja richtig erfolgreich. Ich bin ins Ziel gekommen. Wow! Nur Punkte sind nur Punkte. Ja, nur weil mich da einer abgeschossen hat. Sonst wäre ich tatsächlich in die Punkte gekommen. Aber gut. Ich bin nicht abgeschossen worden. Ich habe abgeschossen. Ja, aber ich bin abgeschossen worden. Nach meiner Überrundung von dem, ja? Hat der mich abgeschossen. Du bist ja erstmal an mir hängen geblieben, wie ich in der Kurve gestanden habe. Ja, das war aber ja alles okay. Also gut, ich nehme auch nicht an, dass der andere das absichtlich gemacht hat. Ich weiß auch gar nicht, wer das war. Ein CPU-Gegner war das schon. Ich glaube, das war unser Profi-Rennfahrer. Ach, der Chris ist... Ja, ich glaube schon. Aber ich will ihm jetzt auch nicht unrecht tun. Das hat er auch sicherlich nicht mit Absicht gemacht. BlizzCon ist übrigens am 27.10. Ich spiele das öfter als ihr, ich kann das voll gut. Macht am ersten Rennen das Auto auf, Bucky. Ja, da war ich nicht dabei. Schade. Oh Gott. Terada und Zerg. Terran. Gegen Terran ist halt ein Oracle auch scheiße. Und ich bin Protoss. Bitte? Du bist auch Protoss? Geil. GGHF! Er hat aufgegeben, der muss rausgehen. Nö, kann man auch so spielen. Du kannst auch hier... ...so... ...schreiben. Was ist das denn? Oder... Ich schreib das immer falsch. Ich weiß immer nicht, ob es Puh oder Q ist. Konzentrier dich lieber aufs Spiel! So ist es. Konzentrier dich lieber aufs Spiel! So ein schöner Kakaochen. Geht jemand scouten? Ich werde... ...mal Doppel-Adapt spielen, glaube ich. Wir machen trotzdem Adept all in, ne? Also... Ja! Außer wir sehen irgendwer, was sagt. Wir schießen in die Luft. Stimmt, wir sollten eigentlich nicht beide auf Mars-Adapt gehen wahrscheinlich. Eben. Soll ich mal scouten? Ich geh scouten, oder? Ja, da wäre ganz gut. Du bist im scouten noch besser als ich. Ne, gut, wenn du scoutest, schaue ich ja trotzdem nach, was du da siehst. Aber... Erstmal muss halt ne Probe da sein. Ja, er scoutet auch. Ja, ja. Ground-Scout ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Aber gut, um 2 gegen 2 weiß ich sowieso nicht, was gewöhnlich ist. Soll ich expandieren? Mach ruhig. Ich werde am Anfang ein bisschen pleasuren. Also ich werde ein bisschen später expandieren, aber... Selk hat auch schon expandiert. Das ist ja normal. Der andere ist Terana. Der Factory gebaut. Jetzt erst den Pool. Der hat, glaube ich, 3 Hedge for Pool gespielt. Was heißt das für uns? Warum ist der Pool so spät? Keine Ahnung. Gut. Meine Einheit kommt auch sehr spät gerade. Ich habe vergessen. Leider ist der eine ja Protoss. Äh, Terana. Nicht Protoss. Deshalb werde ich wahrscheinlich mit meinen Adepten gar nicht so wirklich reinkommen. Aber egal. Zumindest die Exe des Zierks kann ich angreifen. So, und ich werde jetzt auch expandieren. Mein Chor kommt. Ich schicke immer mal nur einen Worker ins zweite Gas oder drei Klick für den Anfang. Ja, dann ist aber effizienter, wenn du 2 und 2 nimmst, ne? Wusste ich natürlich. Weil der dritte ist nicht ganz so effektiv, wie die anderen meinen. Wusste ich natürlich. Er hat schon Adepten, ey. Jaja, ich habe ja auch Doppel-Adapt-Opening gespielt. Also ich habe zwei Adepten. Bist du schon um einiges vorne? Ist ja egal, wir spielen ja zusammen. Wir spielen ja nicht gegeneinander. Können wir auch mal machen, wenn du das willst? Jaja. Irgendwann vielleicht, wenn ich Master bin, dann können wir mal machen. Ich spiele auch Terana. Das heißt gar nichts bei mir. Ja, aber es ist meine schwächste Race. Race. Eure Sonden werden angegriffen. Was ist, eure Verbündeten wird belagert und ihr habt richtig gehört? Ja, weil meine Probe angegriffen wird. Pause, please. Was heißt PP? Pause, please. Aber das muss er selber machen. Das müssen wir nicht tun. Power-up-Powl. Ich drohne einfach weiter durch. Ja, warum? Also wenn er Pause haben will, dann soll er draufdrücken oder sein Teammate. Also ich mache das nicht für ihn. Ja auch nicht. Oh, ich habe ein paar Adept-Worker hier. Würde ich auch gerade sagen, habe ich gesehen. Also meine Adepten haben schon mal ziemlich viel Schaden gemacht, kann ich euch verraten. Ich habe jetzt auch mal vier Adepten. Vier Adepten habe ich. Königlicher Zyrog. Ich habe vier Adepten, würde ich nochmal sagen. Hab ich schon gesagt, dass ich vier Adepten habe. Aliens, hast du was? Vier Adepten? Ja. Dann nutzt ihn mal und bleib an der Ramp. Oben an die Ramp am besten. Ja, so ist gut. So ist gut. Angreifen einfach. Ja, und angreifen. Sehr gut. Sehr gut. So sollte das aussehen. Hallo? Hm? Achso, das sind deine. Ja, meine Adepten hat es nicht drin. Ich hätte gerade wieder Dingens hier gemacht. Okay. Ich mache mal einen kurzen Cut. Ich hätte gerade wieder den alten Peilen, äh, ne, Mothership-Core auf Depot-Attack-Move gemacht. Ja, das, äh... Mein Depot wird kaputt, Mama. Naja, das hast du ja beim letzten Mal auch geschafft, das nicht anzugreifen. Wir haben sehr früh genug gedacht. Aber wir haben den Hellion-Push erstmal gehalten. Jaja, locker. Also wichtig war halt, dass wir die geblockt haben. Die sind halt jetzt schneller. Ich hab schon ein paar Probes verloren, das muss ich schon sagen. Ja, aber die haben ganz viele schon vorher verloren durch zwei Adepten von mir, von daher. Aber das ist eigentlich ziemlich spät für Hellions, wird der da machen. One Minute. Okay, Zeit läuft. Und jetzt leckt der auch noch raus. Das Spiel haben wir gewonnen, obwohl wir nichts gemacht haben. Naja, wenn einer rausleckt, heißt das ja noch nicht, dass wir gewonnen haben. Die ist halt weg. Oh Gott, das ist der kleine Bruder von dem. Wieso, woher? Weißt du das? Keine Ahnung. Legging. Der kann ja auch einfach nur per Skype oder TS mit dem reden. Ne, das ist ja, wer redet denn per TS mit wem, hallo? Legging. Kann man da eigentlich rübergucken jetzt auf die Mantle? Ne, darf man nicht. Man kann nix machen. Du kannst dir überlegen, was du gleich machst. Aber solange du kein Observer bist, kannst du nichts ändern. Ich adde Gates. Das ist ne gute Idee. Also ich werde jetzt zwei Gateways und ne Robo adden, weil das seh ich schon, dass meine Probe diese Q gleich abfährt. Ich hab schon ne Robo. Ja, du hast auch am Anfang nicht Doppeladept gespielt. Das ist korrekt. Dafür hab ich jetzt fünf Adepten. Das ist gut. Ich hab glaube ich vielleicht noch zwei. Ich hab halt, ich hab halt... Rest läuft. Was? Okay, wir sind auch Deutsche. Der Gerrit und der Wies. Das sind bestimmt die Nicknames von dem Bonjo am ändern. Ne. Und vielleicht auf ihrem Geheimaccount. Ja sag ich doch. Und warum schreibt ihr jetzt Thanks guys, wenn ich schon auf Deutsch geantwortet hab? Naja. Läuft wieder alles. Das geht jetzt. Boah, ich muss mal meinem Weltfreund hier irgendwie... Das ist halt sechs Leute. Da muss ich aber jetzt auch Probes nachbauen. Das stimmt. Ich hab vier Adepten, ich hab gelogen. Ich hab auch vier Adepten. Haha. Haha. So. Ich muss echt an meinem Building Placement hier arbeiten. Ich kann nirgendwo meine Twilight Council drin setzen. Building Placement? Da kann ich generell nicht. Wo ist eigentlich mein Chor? Warte nicht. Die haben den nicht weggesniped. Das waren ja auch Hellions. Die können nicht in die Luft schießen. Ja. Klugscheiße. Logik. Wie langweilig. Wir müssten eigentlich jetzt mal die Rockstar rausnehmen. An unser Gold. Weil wenn das mein Mothershipcore machen soll, dann wird das ein bisschen dauern. Oh, da leckt's schon wieder. Ey! Wir haben die Rocks rausgenommen. Naja. Kostenlose Dinge sind auch ganz nett. Okay. Kannst du mir helfen hier mit den Rocks eben? Mit deinen Einheiten? Klar. Der kommt schon. Ja, ich meinte gerade lag. Deshalb hab ich so. Ich hab dir extra, extra Immortal dahin geschickt, ey. Das ist gut. Dann geht das wesentlich schneller. Ich hab schon viel Gas. Ich sollte mal auf Arkans zusätzlich gehen. Arkans? Das sind so einheitlich nie verstanden. Das gibt's denn ja nichts zu verstehen. Du klickst Attack Move und alles ist tot. Ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber prinzipiell stimmt das. Wo ist denn die Rampe? Ach, da ist die Rampe. Okay. Stell ich mir nämlich auch mal da auf. Du hast ein paar mehr Adepten als ich. Die Erstgeborene. Und ich bin ein bisschen zur Treibler. Ich geh jetzt aber auch auf den Upgrade. Ja, das hab ich auch schon halb durch. Ich hab dafür drei Immortals. Ja, ich hab zwei. Aber ich hab gleich Arkans. Ich, ich nicht. Ich baue ja generell ungern Einheiten, mit denen ich's umgehen könnte. Ja, mit Arkans brauchst du aber nicht viel umgehen. Einfach Attack Move, wie gesagt. Jetzt muss ich hier mal kurz ein bisschen Minerals holen. Leg ich da mal ein paar hier runter. Aber das mit 2,2 im Gasland reicht eigentlich voll. Also bis jetzt noch. Ja, wenn du nur auf Adepten spielst, ja. Aber du solltest als Protoss schon gleich die Gaskassiere nehmen. Dann kannst du nämlich auch Arkans bauen. So, die ist aus, wann pushen wir? Wann pushen wir? Bitte? Oh, DTs, DTs. Hast du Vision? Hast du einen Observer? Schlecht. Ich auch nicht. Okay, wo ist er denn? Kommt. Er rennt irgendwo hin. Oh, Helium Drops. Helium Drop. In deiner Main. Leg. Du kannst sogar noch was bauen in der Zwischenzeit. Ich hab zwischendurch noch eine Krono boostet. Roter Foto in Overcharge. Hab ich gemacht. Hallo! So kann ich echt nicht spielen. So kann ich echt nicht spielen. Ich muss das sagen, ich kann so nicht wirklich spielen. Das fremd wir ein bisschen. Das ist schon klar, dass wir hier am verlieren sind, wenn wir hier immer, wenn ihr immer passiert. Oh, meine Güte. Ich kann nix mehr bauen. Mit dem Helium Drops hat er jetzt nicht so viel Damage gemacht, wie er sich gedacht hat, glaube ich. Boah. Hör doch nicht auf. Wie lange ich jetzt schon hier versuche, meine Gates auszuklappen. Und das ist einfach nicht passiert. Haben die immer noch DTs? Hallo? Vermutlich. Ich weiß gar nicht, was da explodiert die ganze Zeit. Das muss doch die Tee sein, oder? Sind sie bei mir oben wieder? Ja, ich mach die ganze Zeit Arken Drop. Wolle kurz sagen, kannst du nicht hier nicht helfen? Sag mal, ich hab da einen Observer gebaut. Wo ist die da hin? Kannst du vielleicht mit deinem Probst den Rest da eben machen? Ich musste gerade hier selber korrigieren. Irgendwie nicht, ne? Ja, wenn du immer nur hinterher fährst, wird das nix. Du musst ihn im Weg abschneiden, hier. Okay, das war sehr toll. Du hättest auch mal mit dem Mothership-Core helfen können. Also, der hat viel zu viel Schaden gemacht. Ja, ich hab auch auf dich vertraut, dass du das machst. Guck so. Lass doch angreifen, oder? Ja, lass mal die Rocks eben hier rausnehmen, damit du gleich expandieren kannst. Und dann greifen wir an. Also, so rein von der Economy, das sieht aber noch gut aus. Ich hab ja die meisten unten gehabt. Ich hab also quasi noch zwei voll saturierte. Hallo? Nein Gott. Hast du Storm? Nee. Ich hab ja Arkans. Aber ich bin zu flyblocked. So, ich mach wieder F2, deshalb geht bei mir der Mothership-Core mit. Komm mit nach vorne. Nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Wo ist denn mein Prisma? Nach vorne. Ja, wenn ich immer mal meine Sachen machen hier, ganz komische Sachen. Jetzt rennst du so, dass ich nicht mehr warpen kann. Ja, Entschuldigung. Man kann's dir aber auch nicht recht machen. Da kommen sie. Ich hab nichts, was in die Luft schießen können. Ich schaue. Warum rennst du denn eigentlich immer wieder weg? Du rennst immer wieder weg. Oh mein Spaß. Ich blüge nicht. Okay, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Sie wollen Base traden. Okay. Deine. Oh, Nidus bei dir. Wahrscheinlich oder bei mir. Egal. Irgendwo ist ein Nidus. Ja, in unserer Main. Ja, Blurker. Ja, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Ja, schick mir den Mothership-Core einfach nach hinten. Also die Armee können wir auf jeden Fall abräumen hier. Haben wir die Tech-Tune? Hier ist mein Observer. Hier ist mein Observer. Warum? Das ist dein Observer. Dein Observer steht bei mir in der Main. Wo ist der denn? Bei mir in der Natural. Jetzt so ich schon die ganze Zeit. Wir brauchen mal Gateways nach für dich. Sonst kannst du gleich nichts mehr bauen. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Die sind da unten jetzt auch. Hä? Hä? Der Gegner ist tot. Also alle Einheiten sind tot vom Gegner. Jetzt einfach. Hast du noch irgendwo Probes? Nein. Dann bau welche nach. Du hast nur noch den Nexus. Okay, wir müssen den Nexus saven auf jeden Fall. Ich geb dir mal ein bisschen Geld. So viel kannst du ja nicht damit anfangen, aber so ein bisschen. Kannst du da mal hingehen jetzt und dir... Ja, ich weiß nicht wo. Oh, und dann leckt der hier immer zwischendurch. Du rennst auch gerade einfach durch Lurker durch. Das ist echt extrem ehrlich. Oh, wo ist der Lurker? Das ist die Frage hier. Da ist er doch. Du, Move-Command ist da einfach drüber. Äh, ja, mit den Probes, das wird nix, ne? Ja, bau welche. Kann ich nicht. Oh, das ist schlecht. Dann musst du, äh, angreifen müssen wir. Das ist schön. Du hast gesagt, er hat nicht mehr viel. Ja, die haben ihre gesamte Armee verloren. Die Frage ist, wie viel bauen sie schnell nach. Also, du müsst jetzt ganz schnell angreifen, ja? Ja, mit allem das hab ich so jetzt. Schneller noch, als das. Tut mir leid, dass meine Einheiten so langsam laufen. Ja, du könntest Adapt-shaden. Ich vernahm euren Stuhl. Ich füge mich. Okay, wir sind auch nur auf diesen Maces. Achtung. Ziemlich viele Lurker. Genau, wir müssen einfach hochschaden. Nicht da stehen bleiben. Nicht da stehen bleiben. Nicht da stehen bleiben. Nicht da stehen bleiben. Okay, du bist da stehen geblieben. Ja, das sind halt immer, äh, Angaben nach Einzel-Empfang mit da. Ja, da wo du hingeschädet bist, natürlich. Soll es jetzt ne Probe bauen können, wahrscheinlich wieder? Ich kann... Okay, das ist nicht so gut. Wunderbar. Wir stellen uns der Dunkelheit. Ich hab halt noch drei gemortelt hier, ne? Ja, geil mit denen an. Soll ich da rein jetzt? Ne, geh mal auf die Worker hier. Können halt eigentlich nichts gegen die Lurker machen, aber wenn wir Mining unterbinden, kannst du vielleicht auf die Beine wieder kommen. Kannst du auf die Beine kommen wieder inzwischen? Ja, ich hab ein Ding jetzt. Ich baue grad 80 Peile in so'n, äh, Dinger nach. Jetzt baue ich ein Chor nach. Achtung mit deinem Immortal, der wird sterben. Äh, stehen bleibt. Okay, ist tot. Ja, es ist zu viel. Ja, da hatten wir ein sehr, sehr schlechtes Krisenmanagement. Ja, das stimmt wohl. Und dieses Gelegge! Du kannst so nicht spielen! Boah! Und dieses Gelegge! Du kannst so nicht spielen! Na ja, gut. Das war jetzt auch wieder sehr unerfreulich. Was kann connect to Battle.net? Okay, wer ist behindert da oder was? Na ja, gut. Das war's auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr schaut doch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts unter dem nächsten Folge klicken. Unten rechts war ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss! Es geht's um doit charges. T amenities! T